hier ist jetzt gerade in unserem anbau unser hühnern nachwuchs drin sieben kochinen hühner und hähne so jetzt betreten wir mal den haupt hier käfig hier haben wir gerade zwei hähne getrennt weil die ein bisschen unruhe gestiftet haben hier oben haben wir ein paar vernünftige gulamardinen kanarien zebra finken jawohl und hier haben wir dann noch ein paar kleine wachteln haben noch gar keine eier gelegt und dann kann man hier in die außenvoliere da haben sie viele spiel und versteckt möglichkeiten und hier haben wir praktisch die abtrennung gemacht ich aushängen kann so wie in diesem fall sind da jetzt die der hühnern nachwuchs drin nachher ist das wieder offen dann sind die hühner raus und dann können die wachteln das wieder mit nutzen und auch die vögel sind hier oben dann ein bisschen mit drin die lassen sich auch ganz gut in ruhe das sommer eben ein kleiner einblick im inneren der voliere so dann machen wir noch mal eine kleine raubt für fütterung meine finger mit selber in ruhe lassen ja wie die dinosaurier das sind geier hier schon weg die würmer ich will